Ja, und auch der Herbert hat sich, wie gesagt, um 8 Zehntel verbessert, nämlich auf 50,12, ja, 50,12 sogar 1,6 Sekunden, entschuldige, die Doppel, das ist klar, ich habe Bierkopp, auf 1 Gesamt, 1,42, 64 Gesamt. Und jetzt, da ist er schon da, der Zweiplatzierte nach dem ersten Durchgang, Hans Lederer, Zweiter nach dem ersten Durchgang, ich hätte jetzt bald übersehen, und der Hans ist durch.